Hey, hier ist Rania und wir spielen heute Farbe oder Stirb. Folgende Regeln, wie man spielt. Wir müssen uns verstecken in der gleichen Farbe, in der wir selber sind. Wir können uns hier den ersten Eimer nehmen. Das heißt, wir sind rot, wir sind sicher an roten Wänden, können wir uns tarnen vor dem Monster. Weil das Monster ist nämlich blind, okay? Das Monster kann uns nur sehen, wenn wir uns zum Beispiel vor eine Wand stellen, die nicht unsere eigene Farbe ist. Wie zum Beispiel hier in die blaue Wand. Aber wir sind sicher bei roten Wänden und ich glaube, das ist so ziemlich das ganze Spiel. Wir müssen uns hier in verschiedene Farben umwandeln, vor dem Monster verstecken und hoffen, dass wir hier aus dem ganzen Ding wieder rauskommen, ohne erwischt zu werden. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Okay, hier ist zum Beispiel gerade nämlich Monster am Eck gewesen. Das hat man gehört und gesehen. Hier sind auch seine Fußstapsen. Erste Heldentat. Wir müssen, denke ich, eine rote... Irgendwas Rotes finden. Oh, was ist das? Ein Pinsel haben wir gefunden. Okay, okay. Hier sind wir sicher. Ja, oh, Monster, 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 Monster. Aber ich bin... Okay, warte, hier ist ein Schraubenschlüssel. Ein roter Schraubenschlüssel. Okay, alles klar. Den haben wir jetzt natürlich noch nicht direkt freigeschaltet, aber den werden wir suchen. Okay, rote Wand. Ah, bap, 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 bap. Okay, stressig. Der ist hier viel unterwegs, der Kamerad. Das finde ich natürlich nicht so gut. Oh, hier haben wir noch einen Pinsel gefunden. Einer weniger zum Sammeln. Ich weiß nicht ganz, was die Pinsel in mir bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sammeln mal. Bluten und sammeln. Oh, der sieht wild aus. Hier ist noch ein Pinsel. Zack. Es beginnt. Hier, ich halte mich ein bisschen einfach an den roten Wänden. Es ist sehr dunkel, die ganze Pampe hier. Da ist noch ein Pinsel. Das heißt auf jeden Fall, wir waren hier schon mal nicht. Du kommst näher. Lila. Lila habe ich jetzt nicht direkt. Ich brauche den Schraubenschlüssel. Wo bist du, kleiner Schraubenschlüssel? Wow. Rot, zum öffnen, klecken. Wir kommen durch die rote Tür. Perfekt. Ah. Schnell. Nein. Es muss nur draußen etwas geben, was helfen kann. Okay. Ich habe jetzt diese Schraubenschlüssel gefunden. Ah, lol. Okay. Hier ist eine Wand und ich brauche so einen Hammer. Wir haben gar keine Farbe. Wir sind nirgendwo sicher. Nein. Wieso habe ich keine Farbe? Den Lila einmal können wir nicht nehmen. Okay, okay. Wir müssen schnell durch diese rote Tür durch. Hier muss irgendwo... Bin ich hier drin sicher? Ich glaube, hier drin bin ich sicher, actually. Ich glaube, das Monster kann hier nicht rein. Ich war in dem letzten Kämmerchen, war ich auch sicher. Oh, ich glaube, da ist gerade jemand gestorben. Oh mein Gott. Was war das für ein Geräusch? Leute, Leute, Leute. So unentspannt direkt. Ich gehe wieder ins Kämmerchen. Ey, das Monster läuft hier aber auch gerade seine Kreise. Ich komme hier überhaupt nicht weg. Okay, Monster. Chill mal. Bereite dich doch mal einfach... Hier, da ist der Schraubenschlüssel. Zack. Zu einfach. Okay, wir sind jetzt in so einer Art Lüftungsschacht. Wir können hier nicht durch. Und hier nicht durch. Und wir können nur durch diese Tür. Wir sind jetzt im schwarz-weißen Raum. Und müssen Jump'n'Run machen. Alles klar. Kein Problem. Das kriegen wir sogar hin. Das kriegen wir sogar hin. Ich habe nicht mal gelogen. Warte, warte. Zack. Konzentration. Konzentration. Oh, nein. Okay, man stirbt nicht. Man darf das Jump'n'Run nochmal machen. Okay, wir haben es geschafft. Und wir haben die nächste Farbe. Ich kann jetzt die orangene Tür öffnen. Und dich an orangenen Wänden verstecken. Und ich habe noch einen Pinsel. Hier ist Metall. Das habe ich aber noch nicht. Aber das können wir uns merken für später. Metall ist... Hier ist ein Orange. Orange, Orange, Orange. Ich gucke erst mal, dass das Monster sich verzieht. Weil ich will nicht direkt sterben. Okay, hier ist eine orange Wand. Das ist gut. Okay, da vorne ist die gelbe Tür. Ich brauche aber jetzt eine orange Tür. Das ist orange. Monster, verzieh dich. Du darfst mich nicht sehen. Ich bin unsichtbar für dich. Orange Tür. Das heißt, wir rennen hier einmal durch den ganzen Parcours durch. Hier ist lila. Perfekt. Orange Tür. Okay, weiter geht's. Wir haben die Tür gefunden. Ich kann mich jetzt nicht mehr an orangenen Wänden verstecken. Aber ich kann die gelbe Tür öffnen. Ich weiß sogar, wo die ist. Beziehungsweise, ich werde sie wahrscheinlich nicht wiederfinden. Aber ich habe sie auf jeden Fall schon gesehen. Nein, 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 nein. Okay, wir verstecken uns wieder. Jetzt kann er uns nicht sehen. Es läuft in uns vorbei. Verzieh dich, Monster. Ist das Monster jetzt mal weg? Kann sich das Monster mal verkrümeln? Hallo? Das wollte mich. Habt ihr das gesehen? Das war hier. Das war hier aber hinter mir her. Das hat sich gedacht. Jetzt aber. Das läuft hier aber auch nur hin und her. Wie soll ich denn da durchkommen? Okay, Leute. Wir haben es geschafft. Hier ist die gelbe Tür. Wir haben keine Farbe mehr, aber wir sind jetzt durch die gelbe Wand. Hier brauchen wir eine Säge für. Die haben wir natürlich noch nicht. Wir brauchen eine Säge und einen Hammer für das andere später. Das heißt, wir können nur durch diese schwarz-weiß-Tür. Wir sind jetzt hier in einem... Oh. Funky. In einem weiteren... Ich würde mal sagen Jump'n'Run, aber keine Ahnung, was das hier ist. Ich gebe mal einfach dem Pfeil nach. Sehr verwirrend, das Ganze hier. Aber nicht so schwer zu schaffen. Also, ich laufe hier durch. Und jetzt? Hier ist einfach eine Wand. Da hört es auf. Ist da... Muss ich auf das andere? Aha. Ey, richtig konfus. Zum Glück hat es das andere Mädchen gemacht. Dankeschön, Julia. Geht's hier weiter? Ja. Ne, warte. Hier ist wieder ein Ende. Aha, da ist der nächste Balken. Äh, was ist das denn hier für ein... Ich weiß doch überhaupt nicht, wo ich bin, weil alles so schwarz-weiß ist. Es ist richtig schwierig irgendwie mit Texturen, logischerweise. Ähm, kann ich hier hoch? Nein, das ist... Hochkant. Okay, hier kann ich drauf. Hier kann ich drauf. Das ist nicht die richtige Richtung. Ich folge einfach Julia. Julia scheint ein Profi zu sein. Julia scheint zu wissen, was sie tut. Hier lang. Ja, ja, ja. Julia weiß, was sie macht. Jetzt geht's hier hoch. Hochklasse. Klasse, 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 klasse. Hier lang. Ey, so verwirrend. Ich hasse es hier ein bisschen. Ähm, okay. Ah, da vorne geht's weiter. Okay, jetzt vorsichtig mit der Perspektive. Ey, das ist so... Ah, nein, 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 nein. Wieso bin ich da durchgefallen? Warum? Warum ist das passiert? Wie konnte das geschehen? Ich dachte... Hä, sind das nicht so... Was ist denn das? Guck mal, wie sich das dreht und flippt. Seht ihr das? Ein Dreherf und Flipper. Kann ich nicht hier drauf? Doch. Kann ich nur auf das Beiße? Okay, wir haben's geschafft. Puh, das war... Pff, das war schwierig. Okay, hier ist noch ein Pinsel. Und ich bin jetzt grün. Okay, wir können nun... weiter. Hierfür brauche ich einen Schlüssel. Das heißt, ich muss das Dumpenblatt nochmal machen. Nein! Okay, wir sind jetzt erstmal grün. Da hilft alles nichts. Wir sind hier erstmal im sicheren Bereich. Hier brauchen wir die... Dings zu. Die haben wir natürlich nicht. Grün. Grün, grün, grün. Okay, hier ist eine grüne Wand. Eine grüne Tür habe ich, glaube ich, auch schon gesehen. Wie ist das Monster da? Wie ist das Monster mal nicht da? Was ist denn mit dem? Ich meine, klar, ist so ein bisschen der einzige Bereich, wo er leben darf. Aber ich fände es trotzdem schön, wenn er sich vielleicht einfach mal hinlegt. Man kennt das Nachmittagsschläfchen. Wisst ihr, was ich meine? Hat doch noch nie jemandem geschadet. Einfach mal so ein Powernap. Bisschen ausruhen. So ein unentspanntes Monster. Sichere Zone. Ähm. Warte mal. Achso, lol. Ich kann durch den Anfang durchlaufen. Nimm die erste Farbe. Okay. Vielleicht ist es hier gar nicht schlecht, ähm, zu wissen, dass man das kann. Oh, hier ist irgendwie so ein funky Bereich oben. Okay, interesting. Blau. Wir gehen nochmal hoch. Huh? Ah, lol. Das sind diese schwarzen Dinger wieder. Was ist das? Hier ist irgendeine Map. Die sagt mir natürlich jetzt erstmal nichts. Und dann komme ich hier raus. Ah, bei Blau. Okay, wir sind hier gerade effektiv in den Kreis gelaufen. Aber die grüne Tür haben wir noch nicht gefunden. Warte, ich muss dann vielleicht in die Richtung. Und da ist die grüne Tür. Perfekt. Okay, wir haben es. Was ist das denn? Du hast alle deine Farbe an dieser Tür verwendet. Ja, jetzt muss ich hier so ein Rätsel machen. Das Rätsel scheint unvollständig zu sein. Das heißt, ich muss so ein Dreieck finden. Okay. Ein weiterer Pinsel. Ich kann jetzt die Tür zum Petrol öffnen und dich an Petrolwänden verstecken. Ich glaube... Oh, oh, oh. Leute. Das ist diese Metallfarbe. Das ist die Metallfarbe aus dem ersten Jump'n'Run. Das weiß ich. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in das erste Jump'n'Run. Das war bei diesem Schacht. Ich darf hier einfach mal diesen Weg zurück, weil das war ganz am Anfang. Das war ja das, wo wir diesen Schraubenschlüssel gebraucht haben. Zählt das als meine Farbe? Ich glaube schon. Yes. Ja, warte. Hier ist... Ne, das ist das, wo wir den Hammer benutzt haben. Warte, das ist falsch. Ei, Monster. Monster. Was ist das? Oh. Eine schöne Ergänzung zu deiner Sammlung. Warte, hier war ich noch nie, glaube ich. Hä, was ist das denn? Kann ich hier durch? Hä? Lol. Okay, hier brauche ich... ...nen Hammer. Okay, okay, okay. Gut zu wissen, dass es hier so eine Wand gibt, durch die man durch kann. Oh, 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 oh. Ein kleiner Entdecker bin ich. Aber ich brauche trotzdem diesen Startraum. Wo ist denn der Startraum? Hier waren wir schon. Das ist halt leider auch alles so verwirrend. Warte, das ist meine Farbe. Das ist okay. Glück gehabt. Ich laufe hier halt in Kreisen und ich erkenne nichts wieder. Äh, falls ihr mich kennt, ich habe eh schon keinen Orientierungssinn. Äh, warte, ich komme mich doch her. Okay, warte, okay, hier war der Anfang, gell? Das heißt, wenn ich hier rechts gehe, ähm, das war ja relativ am Anfang. Dann gehe ich hier rechts, dann gehe ich hier lang. Und dann gehe ich hier durch. Und der Wand... Da war der Wand! Okay, perfekt. Okay, das heißt, ich mache das Jump'n'Run nochmal. Okay, boah. Ey, ganz ehrlich, wer diese Hitboxen von diesen schwarz-weißen Sachen gemacht hat, gehört ins Gefängnis. Ich sag's euch, wie es ist. So, aufheben, aufheben. Wir sind... Was ist das? Ach, das ist das Dreieck! Das muss in dieses, äh, Rätsel... Oh mein Gott! Okay, okay, okay. Das gehört in das Rätsel rein. Warte, muss ich jetzt hier wieder zurückspringen? Nanu, was ist denn da? Doch, okay. Wir sind auf der richtigen Seite gelandet. Ich hatte kurz Angst, dass ich das Jump'n'Run wirklich machen muss. Wir müssen dieses Rätsel wieder finden. Das Rätsel war weiter hinten. Ich habe keine Farbe. Warte, ich habe keine Farbe. Wieso habe ich keine Farbe? Warum ist mein Farbeimer leer? Das ist stressig. Das ist unentspannt. Und wir müssen jetzt hier irgendwie das Monster komplett dodgen. Und diesen blöden anderen Wand finden, wo man das Ding einsetzen konnte. Hier ist Lila. Hier ist so eine Art Zwischengang. Ich habe leider keine Ahnung, wo das war, weil ich bin so oft schon Kreise gelaufen. Ich glaube, hier oben bin ich sicher, gell? Ist hier oben noch was? Was war das denn? Ich denke, die ganze Zeit sehe ich irgendwie Jump'n'Skiers. Okay. Nein, 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 nein. Okay, ich habe mir jetzt ein Leben gekauft, weil ich war echt weit. Und ich wollte nicht. Okay, warte, jetzt darf ich aber türkis sein. Das ist nett. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich auch eine Farbe. Aber warte, ich gehe auf die andere Seite rein, weil ich glaube, da war eher dieses Dreieck. Wir haben übrigens schon 10 von 13 Pinseln gefunden. Wir sind hier richtig fortschrittlich dabei. Nein. Das ist meine Farbe. Das ist meine Farbe, Monster. Du kriegst mich nicht nochmal. Ich habe 45 Robux ausgegeben. Das ist richtig teuer. Lila. Warte, hier ist der Durchgang. Da war ich aber schon. Hier ist Türkis. Warte, hier kamen wir runter. Wo ist nur der andere Vent? Und er war doch irgendwo versteckt. Ich habe ihn doch fast gesehen. Da sind wir. Wir haben es geschafft. Wir können das Dreieck einsetzen. Let's go. Und wir sind jetzt blau. Wir können die blaue Tür öffnen. Okay, wir machen Progress. Ich weiß, wo die blaue Tür ist. Ich habe die blaue Tür schon mal gesehen. Das heißt, ich weiß nur so halb, wo die blaue Tür ist. Aber ich weiß, dass sie existiert. Okay? Ich brauche nicht irgendwie eine Schere oder sowas vorfinden. Ich muss einfach nur die blaue Tür finden. Die war ganz hinten. Okay, die war hinten bei diesem komischen, wo man hoch kann. Kein Ding, Leute. Ich finde die für uns. Hier ist das Monster. Das Monster kann mir gar nichts. Weil ich bin blau und ich verstecke mich auf blau. Hä, Monster. Merkst du selber? Ich bin vorhin 15.000 Mal an dieser blauen Tür vorbeigelaufen. Und jetzt finde ich sie nicht. Wie kann es sein? Wie? Wie ist das möglich? Das ist doch nicht fair. Leute, hier ist das doofe Dreieck. Aber da waren wir doch schon. Das brauchen wir doch überhaupt nicht. Ich will doch nur die blaue Tür. Ich laufe hier kreisen. Leute, ich laufe hier kreisen. Aktiv. Das Monster wieder. Da, bap, 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 bap. Freund der Sonne. Freund der Sonne. Das wollte mich. Das wollte mich. Ah, oh. Guck mal, das läuft hier aber die ganze Zeit hin und her. Ey, richtig stressig. Wenn ich jetzt hier abbiege. Ich glaube, hier bin ich nicht lang gelaufen. Ähm, laufe ich jetzt weiter kreise? Oder haben wir es geschafft, aus dem komischen Kreisgefängnis auszubrechen? Hier ist noch... Ich glaube, wir sind jetzt in einem anderen Bereich. Ich bin mir nicht sicher. Es sieht halt alles so gleich aus hier, ne? Es ist halt alles überall einfach bunte Wände. Mit so kleinen Verschachtelungen. Ich weiß nicht, wie ich hier jemals was finden soll. Bis man es halt jemanden erledigt. Es tut natürlich immer weh zu hören. Mein Beileid. Oh mein Gott, hier ist die blaue Tür. Wir haben es geschafft. Yes. Eine Weile lang nicht mehr an den Wänden verstecken. Nein. Ich will nicht etwas Holz schneiden. Okay, warte. Wofür brauchten wir die? Ähm, die brauchten wir doch. Ich glaube, bei der... Bei der gelben Tür war das. Ähm, nicht, dass ich wüsste, wo die gelbe Tür ist. Weil ich finde die eh nicht wieder. Aber wir werden unser Bestes geben. Der stressige Part ist jetzt natürlich, dass wir immer wieder keine Farbe haben. Wir müssen hier durchspeedrun. Okay, wir müssen racen. Racen, racen, racen. Das Monster ist da! Okay, Leute. Wir haben uns mal wieder ein Leben gekauft. Ähm, und sind nun auf der Suche nach der gelben Tür. Weil ich glaube, dass bei der gelben Tür... Ich hab... Wenn man sich ein Leben gekauft, hat man immerhin Farbe wieder... Ich bin bisher immerhin nur gestorben, wenn ich gar keine Farbe hatte. Ich hab das Gefühl, das ist fair. Wisst ihr, was ich meine? So ist ja auch deutlich schwieriger. Ach nee, hier war das mit dem Hammer. Okay. Äh, ich brauch aber keinen Hammer. Ich brauch eine Sägemöglichkeit für mich. Yes, da sind wir. Oh, das war clean. Jetzt mal ohne Mist. Das war clean von mir. Aufheben. Vielleicht eine Behelfsbrücke. Och, nö. Och, nee. Nicht schon wieder ein Jump'n'Run. Ich hasse Jump'n'Runs. Ich bin so schlecht in ihnen. Diese... Ah, na gut. Wir sind immerhin relativ nah aneinander. Das ist machbar. Es ist machbar, aber es ist trotzdem nicht schön. Wir haben den elften Pinsel und wir haben lila Farbe. Okay. Alles klar. Lila sieht halt genauso aus wie blau. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob das unsere Farbe ist. Aber es sieht gut aus. Das Monster hat uns nicht erwischt. Oh nein. Das Monster hat Kartenuk 48 getötet. Nein. Monster, wie kannst du nur? Wie kannst du das wagen? Lila Tür. Warte mal. Ich glaube, die war hier tatsächlich ganz ums Eck, weil lila und blau waren recht nah zusammen. Das weiß ich noch. Das weiß ich doch noch. Ich habe die lila Tür doch schon oftmals beobachtet. Ich habe ein bisschen Farbenschwäche, glaube ich, bei lila und blau. Ich weiß nicht, ob das am Spiel liegt oder an mir. Ich habe persönlich das Gefühl, dass es die gleiche Farbe ist. Also das ist schon richtig, wo ich hier bin. Ey. Warte, da ist lila. Da ist lila Tür. Ich glaube, ich bin noch blau. Oder? Bin ich lila? Das Monster muss mal weggehen. Ich habe die Tür schon gesehen. Geh weg, Monster. Verzieh dich. Geh doch mal bitte weg. Ach nee, das ist da hinten, wo ich hin muss. Nee, das ist die pinker Tür. Okay. Gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Ich muss nicht zum Monster. Ähm, schlechte Nachrichten. Ich habe die Tür halt auch nicht gefunden. Ne? So viel steht fest. Ey, ich muss hier abhauen. Das ist ja ein Neu-Ying. 11 von 13. Ich habe mich verlaufen. Es ist mal wieder ein Klassiker. Wir sind bei der pinken Tür. Hier ist das Monster. Das Monster kann mich nicht sehen. Ich weiß nicht, warum ich singe. Es tut mir leid. Ich werde aufhören. Ich gelobe Besserung. Okay. Ey, Monster. Kannst du mal aufhören? Aufhören, hier deine Kreise zu laufen. Geh nach Hause. Geh schlafen. Oh mein Gott. So unentspannt, der kleine Kollege, gell? Dass der direkt hier wieder auf Krawall gebürstet ist. Wir wollen doch nur mal über das Fahrtlabyrinth schaffen. Ist ja nicht so viel verlangt. Kann man ja auch mal ein bisschen entspannt sein. Ich weiß nicht, warum ich diesen Balken jetzt hier habe. Aber ich habe auch noch nicht gesehen. Für wen brauchen... Das ist Lila. Das war doch Lila. Ich gebe auf. Ich habe es versucht. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich kriege es nicht hin. Also ihr seht natürlich auch nur die Teile, die hier reingeschnitten werden. Aber ich bin mir wirklich am strugglen mit dem Monster. Ich glaube, es sind zu wenig Leute online. Ja, es sind nur ich und zwei andere. Und deswegen läuft das Monster immer dahin, wo ich bin. Und wo die anderen Leute sind. Sehr stressig, das Ganze. Falls es euch trotzdem gefallen hat, dann schreibt mir gerne einen Kommentar, ob ihr das geschafft habt. Like das Video, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut. Tschüss.